Was geht, mein lieben Alter? Alter Schwede! Kommt alle rein hier, kommt, kommt. Hier ist die Chaos, da nicht, da rechts. Einmal Bier, einmal Snaps. Und das Stream läuft schon, ihr müsst euch beeilen. Kommt! Was geht, Leute? Was ist das, Anfertigung? Anja oder Anaya? Hab ich gesagt? Vorsicht, noch zwei. Was machst du denn da? Hab ich das wirklich gesagt? Echt? Waaah! Waaah! Wo ist los? Warum stellst du nicht scharf in Kamera? Pizza? Pizza! Indisch? Oh, Indisch wäre auch eine Idee. So ein geiles Mango-Story gewöhnt. Hallo? Hallo? Hier bin ich? Hier ist mein Gesicht? Ich hoffe, ihr wisst alle, was für eine Bewegung ich gerade gemacht habe, um Indisch zu suggestionieren. Hey, ich weiß nicht, was für eine Bewegung gemeint ist. Ist das jetzt scharf? Wie macht man denn Bollywood so? Ja, wie machst... Mach die Hände mal über den Kopf? Mach mal, mach mal! Ja, ich... Warte, ich hab kurz... Vergesst mir den Wacken. Ach so, ja. Wir müssen echt nichts machen, ne? Außer Bollywood tanzen. Und entweder gehen wir da jetzt links an den Stehen, oder wir gehen hinten an den Stehen. Loool! Ich hab meinen ersten Abonnenten, Momo! Oh mein Gott! Also entweder holst du jetzt ne Waffe... Oder ich sterb einfach jetzt. Oder du lässt jetzt einfach mal... Dieses Spießrutenlaufen... Das ist die letzte Woche... Hattest du mich jetzt verloren, oder was? Nee! Doch! Ah, geil! Eigentlich ist das auch ne gute Idee, weißt du, ich tu jetzt so hier, als würd ich so pennen, so... Mach so ein bisschen Schlafgeräusche, mach das in 2 Stunden... Mach ich auf, hab ich 200 neue Follower und 2000 Leute mir zugucken. Wo viel Idee denn? Scheiße! Ich hab mich mit dem Fallschlang gelegt, du! Scheiße! Das ist kein gutes Ome, du! Wie schafft ihr das? Kannst du schon... Ah! Lalalalalala! Lalalalalala! Frederico! Ja, was hat denn deine Switch bitte für... Ähm... Die haben wir richtig Bock auf, wenn das wirklich alle 2 Minuten... Ja, ja, guten... Hansen, guten Tag! Ich rufe wegen der Switch an! Ich würde gerne rappen können, ohne Scheiß, ich würde wirklich gerne rappen können! Oh Gott! Oh, fuck my life! Die sehen ein bisschen aus wie die weiße Version von... Wie heißt er nochmal hier? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ahhhh! Oh nein! Hier, der, der, der... Dieser Kiffertyp da! Ach, Mann! Aaaahhhhhhh! Snoop Dog, ne? Ah! Oh! So wie... Die weiße, billige Version von Snoop Dog! Außerhalb der Ausbruch... Schaaf! Dicker Stein kommt! Oh, Fuck! Der hat... Ja, aber was weiß, dicker Stein! Juhu, ich guck ihn an. Tschüss. Tschüss. Das war mal hart. Oha. Das war mal wieder ein Tschüss. Jetzt hab ich aber langsam die Schnauze voll von dir hier. Oh krass. Scheiße. Mal, ob wir ihn wieder zum Pinkeln animieren können. What is that? What is that? Ach guck mal wer das ist. Ach hey, die ist schon wieder. Ich hab gedacht, du wärst tot. Scheiße. Wiehaaaaaa. Oh oh. Oh. Oh fuck. Fuck. Ey. Ach sie schon wieder. Die steckt das weg. Die steckt das weg. Ritter. Ich hab den Helm bekommen. Die steckt das weg. Ich bin eine kleine Helm. Alter, was war das denn? Warte. Bist du explodiert oder was? Scheiße, man. Ja. 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 Rechts von dir da irgendwo. Ja, rechts. Ja. 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 Das ist echt so. Das ist geil. Wer hat dir das geschickt? Wer hat das geschickt? Sehr fishy. Sehr fishy. Die rastet hier gleich voll aus, Alter. Du bist auf Lebenszeit gebannt, Junge. Ja! Mann! Ja! Wir haben gewonnen! Hast du jetzt Gronk und Sub gegiftet? Kann das mal einer klippen? Also Gronk, solltest du das sehen? Das Lachen klingt ähnlich wie Monte, du hast recht. Ja. Das ist ja Scheide. Scheide, sagt er. Sorry, hat er nicht gesagt. Ja, ja. Kommt mal alle wieder raus, ihr Schläfer. Oh, scheiße, das hab ich nicht gesagt. Das war... Hätte ich auch reagiert, wenn ich nicht gestreamt hätte. Ja, also das ist halt einfach... Mann, ist das salzig! Guck mal, wie das gerade passt! Ich sollte... Oh... Wie soll ich sagen, selbstvergase? Das war das Stichwort! Muster 4? Ja, fast, ne? Mit deinem Auto da aus dem H***, ne? Entschuldigung. 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 Ich vergesse schon wieder, dass ich streame. Alter. Ganz ehrlich, ähm... Ich halte mich nicht da so... Wissen mehr. Ja, ich hab heute irgendwie nen Lauf. Ich bin heute... Überdurchschnittlich gut für meine Verhältnisse. Hahaha. Hahahaha. Thank you very much. Oh, habt ihr das gehört? Thank you very much, hat er gesagt. Alter, was ist denn los? Hat der Natriummangel oder so? Das wird hier schon wieder auf nen Sack gehen jetzt. Was? Mit meinem Gehexe. Okay, jump mal einfach hier raus. Boah, ja, wie logisch ist das denn? Warum? Du springst jetzt einfach da raus und... Ist nix passiert, ne? Ja. Ist doch geil. Hat er jeder von denen da? Oder brauchst du dafür ne bestimmte... Dafür brauchst du ne bestimmte Ausbildung. Hahahaha. 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 Hast du die denn Kopfschmerzen? Mhm. Oder einen Krampfanfall? Hahahaha. Hast du nen Tipp wie man einen Schluckauf wegkriegt? Du musst ihm lieber sagen, was für nen Tipp du hast gegen solche im Gesicht. Hahahaha. Und dann kommst du runter und dann musst du... Du bist dein Rabenvater. Hahahaha. So und an diesen Ballons kannst du zum Beispiel dich hochseilen und dann kannst du weiterfliegen. Einen abseilen. Was? Nix. Schulz. Schulz. Oh der macht ja verdammt viel Schaden. Okay. Wir müssen einfach versuchen zu überleben. Oh. So. 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 So will ich mich machen. So ist das nicht einfach eはは nicht von hier oben. Das gibt's ja nicht. Ganz einfach da hinten. Fett da hinten dir. Oh der sind so viele. Das sind zu viele, Alter. Ja ja. Wo sind die? Ja mann. Untertitelung des ZDF, 2020